Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Kapitel 17, die Vergebung und die heilige Beziehung, Nummer 3, Schatten der Vergangenheit, Teil 2, Absatz 6, Seite 356 bis 357. Das Ego sucht seine Probleme zu lösen, nicht an ihrer Quelle, sondern dort, wo sie nicht gemacht wurden. Auf diese Art sucht es zu garantieren, dass es keine Lösung geben wird. Der heilige Geist hingegen will nur seine Lösung vollständig und vollkommen machen und somit sucht und findet er die Quelle der Probleme dort, wo sie ist und dort hebt er sie auf. Und mit jedem Schritt in seinem Aufheben wird die Trennung mehr und mehr aufgehoben und die Vereinigung wird näher gebracht. Er lässt sich keineswegs durch irgendwelche Gründe für die Trennung in Verwirrung bringen. Das Einzige, was er in der Trennung wahrnimmt, ist, dass sie aufgehoben werden muss. Lass ihn den verborgenen Funken der Schönheit in deinen Beziehungen aufdecken und ihn dir zeigen. Sein Liebreiz wird dich so anziehen, dass du nicht gewillt sein wirst, ihn jemals wieder aus den Augen zu verlieren. Und du wirst diesen Funken die Beziehung verwandeln lassen, damit du ihn immer mehr sehen kannst. Du wirst ihn nämlich immer mehr wollen und immer mehr unwillend sein, zuzulassen, dass er dir verborgen bleibt. So wirst du lernen, nach den Bedingungen zu suchen und sie herbeizuführen, unter denen diese Schönheit sichtbar wird. Das alles wirst du freudig tun, wenn du nur zulässt, dass er den Funken vor dir herträgt, um deinen Weg zu erhellen und ihn klar für dich zu machen. Gottes Sohn ist Eins. Wen Gott als Eins verbunden hat, den kann das Ego nicht scheiden. Der Funke der Heiligkeit muss in allen Beziehungen sicher sein, wie verborgen er auch immer sein mag. Denn der Schöpfer der einzigen Beziehung hat keinen Teil davon ohne sich selbst gelassen. Das ist der einzige Teil der Beziehung, den der Heilige Geist sieht, weil er erkennt, dass nur dieser wahr ist. Du hast die Beziehung unwirklich und deshalb unheilig gemacht, da du sie dort gesehen hast, wo sie nicht ist und so, wie sie nicht ist. Übergib ihm die Vergangenheit, der für dich dein Denken über sie ändern kann. Versichere dich aber zuerst, dass du voll und ganz begreifst, was du die Vergangenheit hast darstellen lassen und warum. Die Vergangenheit wird zur Rechtfertigung dafür, ein anhaltendes, unheiliges Bündnis mit dem Ego gegen die Gegenwart einzugehen. Denn die Gegenwart ist Vergebung. Deshalb werden die Beziehungen, die das unheilige Bündnis diktiert, weder als jetzt wahrgenommen, noch als jetzt empfunden. Der Bezugsrahmen aber, auf den die Gegenwart bezogen wird, um eine Bedeutung zu erhalten, ist eine Illusion der Vergangenheit, in der die Elemente beibehalten werden, die für den Zweck des unheiligen Bündnisses taugen, während man alle übrigen fallen lässt. Und was auf solche Weise fallen gelassen wird, das ist die ganze Wahrheit, die die Vergangenheit der Gegenwart je als Zeugen dafür bieten könnte, dass sie wirklich ist. Was beibehalten wird, bezeugt bloß die Wirklichkeit von Träumen. Es liegt immer noch bei dir zu wählen, ob du dich mit der Wahrheit oder der Illusion verbindest. Doch erinnere dich daran, dass die eine zu wählen, die andere loszulassen heißt. Diejenige, die du wählst, wirst du mit Schönheit und mit Wirklichkeit ausstatten, weil die Wahl davon abhängt, welche du mehr wertschätzt. Der Funke der Schönheit oder der Schleier der Hässlichkeit, die wirkliche Welt oder die Welt der Schuld und Angst, Wahrheit oder Illusion, Freiheit oder Sklaverei, es ist alles gleich. Denn du kannst nie zwischen etwas anderem wählen, als zwischen Gott und Ego. Denksysteme sind entweder wahr oder falsch, und alle ihre Eigenschaften kommen einfach aus dem, was sie sind. Nur die Gedanken Gottes sind wahr. Und alles, was aus ihnen folgt, kommt aus dem, was sie sind, und ist so wahr wie die heilige Quelle, aus der sie kamen. Mein heiliger Bruder, ich möchte in alle deine Beziehungen einkehren und zwischen dich und deine Fantasien treten. Lass meine Beziehung zu dir für dich wirklich sein und lass mich Wirklichkeit in deine Wahrnehmung deiner Brüder bringen. Sie wurden nicht erschaffen, um es dir zu ermöglichen, dich durch sie zu verletzen. Sie sind erschaffen worden, um mit dir zu erschaffen. Das ist die Wahrheit, die ich zwischen dich und dein Ziel des Wahnsinns stellen möchte. Sei nicht von mir getrennt und lass den heiligen Zweck der Sühne nicht in Träumen der Rache für dich verloren gehen. Beziehungen, in denen solche Träume lieb und teuer sind, haben mich ausgeschlossen. Lass mich im Namen Gottes einkehren und dir Frieden bringen, damit du mir Frieden schenken mögest. Lass mich im Namen Gottes einkehren. Untertitelung des ZDF, 2020